Buying a dragon. Er kauft einen Drachen. Danke, auch noch. Ja, aber du musst dich fragen, ob du einen Drachen hast? Ja, aber du musst dich fragen, ob du einen Drachen hast. Wie lange hast du diese Tiere gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wie lange hast du die Tiere gemacht? Ich habe keine Ahnung. Du hast das ein paar Jahre gemacht? Ja, so? Wie lange hast du diese Tiere gemacht? 5 Tage und viel Essen. Willst du einen kaufen? Ja, sicher. Nein, du kannst den einen in front of dir. Wie viele Dwarf-Dragons? Sie sind nicht Dwarfs. Sie sind Babys. Ja, aber sie sind sehr klein. Ja? Ja, in den Filmen. Ja, in den Filmen. Ja, aber ich will einen großen Dwarf-Dragons. Ja, aber ich will einen großen Dwarf-Dragons. Ja, ich will einen Millionen Dollar und einen schönen Blond. Okay, ich habe bereits den Blond. Aber ich will den Millionen Dollar. Ja, ich will einen Millionen Dollar. Ja, wenn du nicht vier Tage hast, was du hast? Was hast du etwas Terminale? Was? Was? Du hast etwas Terminale? Du kannst nicht vier Tage nachdem, wenn du einen Dwarf-Dragons hast, bis du einen Dwarf-Dragons hast, bis du einen Dwarf-Dragons hast. Du musst ihn auch feeden. Ja. Wie viel ist das? Für einen Dwarf-Dragons, es 200 Lindens per month. Ja, aber ich will einen großen Dwarf-Dragons. Ja, es wird ein paar Dwarf-Dragons. Ja, es wird ein paar Dwarf-Dragons. Und dann wird nichts mehr. Aber ich werde den Dwarf-Dragons verlieren, wenn es stirbt. Ja. Warte, wirklich? Ja, es wird Hunger. Und wenn du... Hast du ein Dwarf in der realen Leben? Du feedst ihn, oder? Ja, aber das ist ein Spiel. Oder ein Kack. Das ist ein Spiel. Du weißt, persönlich denke ich, du bist ein verdammter Idiot. Weil du fragst all diese Fragen, und du hörst nicht zu mir. Und du hörst nicht, was ich sage. Du fragst immer die gleichen stupide Fragen, und ich... Der wird so aggro-Chat, weil er ihn aufs Spiel angesprochen hat. Ist ja Second Life. Und die Jungs, die da quasi in dem Spiel sind, die nehmen das so ernst wie das Leben. Im VR-Chat übrigens auch ein paar, aber die meisten Leute können unterscheiden. Und du schaffst, wie du nicht verstehst. Wenn du wirklich nicht verstehst, dann bist du ein verdammter Idiot. Du bist bereit, 10k für ein Drakon und nicht 200 Linden für das Essen? Was ist falsch mit dir? Sorry zu sagen, aber das fühlt sich als ein Scam. Ja, ja, ja. Du weißt, du fühlst mich als ein Scam zu mir. Ich fühlst mich als ein Scam zu dir? Ja. Du weißt, du weißt, du weißt. Wenn du wirst, du wirst. Du weißt, du wirst... Du wirst? Das war ziemlich gut an das übrigens, so dass er das nicht gecheckte. Und dann ist es wieder voll mit Energie. Wenn ich eine von diesen kaufe, und dann muss ich weiterzumachen, fühle ich mich wie ein Mortgage. Ja. Wenn du denkst, 2.31 Dollar ist ein Mortgage, dann will ich nicht wissen, wo du lebst, Alter. Du lebst in einer Kartenbox. Wenn du einen Anteil haben von diversen Mitspielerinnen und Mitspielern, wenn ihr versteht, was ich sage. Mit anderen Worten, überall da quasi, wo du potenziell Girlfriend bekommen kannst, findest du Boyfriend. Weißt du, was ich sage? Da ist immer was los. Er will sich keinen Porsche im Real Life holen, weil er weiß, was für eine geile Sauer ist und es niemand mehr zeigen muss. Das dingt hochgradig sass, Jungs. Das dingt hochgradig sass, Jungs. Das dingt hochgradig sass, Jungs. Bye. Oh, he's coming back. Oh, God, no. He's still going. Good. He's gone. Yay. Oh, my gosh. He doesn't have the money to buy things. No. He can't be that. Nobody can be that dumb. Well, it can. You know. Yeah. Wait, so these are females? Yeah. Oh, yeah. They're all females. Right. Are these all asleep? No, they're right awake. Can't you see that? You fucking lunatic. Is it okay if I get the dragon and then we do the payment stuff later? Yeah. Do I look like I was born yesterday? Click on my profile. I'm in itself 14 years, dude. 14 years. Yeah. The price is going up. The price is going up? The price just went up for the small one also. It's now 10,000 for the small one. Wait, how much is that? Yeah, more than you have, dude. But I already have a mortgage. Well, good. Yeah. Okay, your mortgage. You're an American, right? Yeah. So, I'm going to tell you in English. I don't give a flying fuck what you have, you know. I don't care what you have. A mortgage, a car. I have a big mortgage. A wife that buys more shoes than you know than Marcos. I don't care. What you see here costs money. And if you don't have the money, get the fuck out of my life. Jesus Christ. I already spent time enough on you. And you don't listen anyway. Yeah, but I don't want to get shafted. Yeah. At the cost. I think you're shafted in your head. These two here are second gens. The other ones that I birded. Wait, can you just give me the dragon first? And then we'll do the payment stuff later. Yeah. You know, dude, you're going to get kicked off the sim. And I will give your name to every breeder in the dragons that they have to watch out for you. What? How's that? Yeah. They have to watch out for me? Because you think we are fucking lunatics. I normally help noobs. I give them stuff. You know? And why did you give me stuff? What normally helps to whom? I'm afraid of myself. The wrong browser. Good work Daniel. Sekunde. Mini-Unterbrechung. 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 Wo waren wir? Da? Hier? Yeah, I'm thinking about it. Yeah. Wo waren wir? Warte. Oh shit, Jungs, it's really so leid. Oh, we were already quite far. Ungefähr here, somewhere. Wait, can you just give me the dragon first? And then we'll do the payment stuff later. Yeah. You know, dude, you're gonna get kicked off the sim. And I will give your name to every breeder in the dragons that they have to watch out for you. Ah! What? How's that? Yeah. They have to watch out for me? Because you think we are fucking lunatics. I normally help nukes. I give them stuff. You know? Why don't you give me stuff? Nukes? Yeah, but no. Yeah, no, 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 no. It doesn't work like that. You give other people stuff and not me? No, you're being a lunatic. First of all, you have no manners. Oops, ah. You came here. You didn't say hi. You just said, are these your dragons? You know? Are these dragons? Are these dragons? Yeah, you have no manners. I think you came out of some gutter somewhere. So, I suggest you crawl back under that rock you came out of. You're a fucking lunatic, right? Honey, did I go to war twice for guys like this? Really? You went to war? Oh, God. Yeah. Why don't we just block him? I was in Afghanistan twice, you fucking idiot. Well, thank you for your service. Yeah, well, thank you for your support. They took it back pretty quickly, though. In one day. Oh, my God. So, something tells me you guys didn't do a good job. Oh, my God. Don't talk to him. Yeah. I didn't know a fucking Taliban. Me? I killed enough of your guys, so... Hey, they took Kabul in one day. Yeah, I don't give a shit what you say, dude. You have no fucking idea what you're talking about. I saw it on the news. They took Kabul in one day. That's the capital. Oh, God. I was having a gun right now. A gun? Yeah. You killed plenty of people. Well, that's why I could easily do one more. You know? You want to kill me? Yeah, I know. You think I would feel bad about it? You seem like the lunatic in this case. Yeah. Maybe I am. Now we're going to kick you out and ban you forever. Keep watching your screen. And have a nice day. Oh, you too. You too. Yeah. They took Kabul in one day. You know, you're an ass. Whoa, what the fuck are you talking about? Oh, boy. Whoa. Oh, that's really hard. Oh, boy. Oh, boy. I have control over my entire body. Okay. I was not in the way, this so through to do it like her, Alter. That's just a 52-year-old dude, who played for 14 years in Second Life. Who played two years in Afghanistan. The person who has done it. The person who has donated it. And they've been eating it. I mean, he could now... Also, he could now be... He could now be... Yeah, he could now be... He could now be... He could now be... He could now be... Einsatz und so. Aber meine Güte, Alter. Er hat sich auf jeden Fall für den ganzen Dicken gehalten. Und er wurde gut vorgeführt, ey. What the fuck, Alter.